Hallo Leute, willkommen zur nächsten Sondersendung, aber es ist einfach der Wahnsinn. Ich kann es leider nicht anders sagen. Es war jetzt gerade die Klimakonferenz, die COP28 und jetzt habe ich eine wissenschaftliche Studie bekommen, also wissenschaftliche Studie in Anführungszeichen, Switchgoal, wenn es darum geht, dass wir quasi bis 2030 alle Kohlekraftwerke ersetzen können, durch Wind, Solar und Batterie. Und die haben das genau ausgerechnet und haben das quasi jeden Delegierten, das gibt es auch in Englisch, ausgehändigt. Wer war daran denn beteiligt? Zum Beispiel Z-Zero Emission, Think Tank, Good Future aus Berlin, sowie Angora Energiewende, also Loppo-Vereinigungen der Energiewende. Und jetzt schaut mal, wer hier mitgemacht hat, unser allergeliebter Professor Claudia Kempfer. Miss? Es gibt noch und nöcher Speicher. Es ist ein Mythos anzunehmen, dass es die nicht gibt. Jetzt schaut mal, was sich plötzlich dieses Jahr für eine Aussage trifft. Zur Energiewende, dazu gehören die Speicher und deswegen ist es wichtig, dass man sie von Anfang an mitdenkt. Das heißt, hier muss man deutlich mehr und weiter denken als bisher. So Leute, und wer jetzt denkt, dass diese Studie, wenn die mit dabei waren, wenn das DeFingTanks gemacht hat, absolut pro erneuerbare Energien ist, dass dort Halbwahrheiten drin sind, dass Berechnungen falsch gemacht haben, dass dort tatsächlich Sachen mit drin sind, die in der Praxis nicht funktionieren können, und wenn es heute dem sei gesagt, habt ihr zu 100% recht. Schlimm ist nur, dass sogar die Tagesschau darüber berichtet, exklusiv neue Studien, Kohlekraftwerke ersetzen, lohnt sich. Und die Politiker wurden da drinnen aufgeführt, sogar die Kohlekraftwerke stillzulegen noch schneller, dass die Kredite aufnehmen. Also es wird gefährlich, wenn durch sichere Halbwahrheiten oder falsche Aussagen unsere Politiker zu irgendwelchen Gesetzen motiviert werden. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns diese wissenschaftliche Studie mal genauer an. Und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Ich würde sagen, legen wir gleich los und schauen wir uns natürlich das Erste, was ich bei jeder Studie immer mache, schauen wir an, wer hat es in Auftrag gegeben, habe ja schon gesagt, Zero Mission, Think Tank, Good Future aus Berlin, das sind also zwei Lobbyorganisationen sowie Agora Energiewende, die uns ja das Heizungsgesetz von Habeck eingebrockt haben. Aber schauen wir uns doch mal die Atom an und hier gibt es was Schönes, es gibt nämlich eine Seite dazu von denen. Die führende Kraft dahinter ist Professor Dr. Pietro P. Altamatt und der ist leitender Wissenschaftler eines der größten Photovoltaik-Herstellers in China. Ja, da lenkst dich nieder. Eine Studie, die pro Solar ist, pro Photovoltaik und die kommt von einem Photovoltaik-Hersteller. Erkennt euch das selber, ich gebe euch den Link unten, erkennt euch das anschauen. Es sind sogar, und da dreht es mir wirklich die Zehennägel auf, dass sogar Diplom-Physiker mit dabei sind, zwei Stück, und sogar ein Elektroingenieur. Natürlich unser Professor Claudia Kempfert kennt man ja. Also hier ist zum Beispiel ein diplomierter Elektroingenieur mit dabei und Mitglied von Zero Mission, Think Tank. Aber schauen wir in die Studie rein. Ihr werdet es gleich selber merken. Also die erste Aussage, die Installation, Betrieb von Wind- und Solarparks, teilweise zusammen mit Großbatterin, sind bereits heute günstiger als die Briefkosten vieler bestehenden Kohlekraftwerke. Dies wurde von vertrauenswürdigen Quellen aus rein wirtschaftlichen Gründen eingeschätzt. Also wie der Internationale Energieagentur. Hier würde ich natürlich gerne mal die Studien sehen, auf welche, dass die verweisen. Wer den Auftrag gegeben hat, wer die gemacht hat, dann wird daraus ein Schuh. Ungefähr 90% der weltweiten Kohlekraftwerke können bei gleicher Energie gewinnbringend auf Wind-Solar-Batteriesysteme umgestellt werden. Bei gleicher Energie. Die liefern also das Gleiche wie ein Kohlekraftwerk. Darauf basiert diese ganze Studie. Das müsst ihr euch unbedingt merken. Über die Lebensdauer der Wind-Solar-Batteriesysteme können die örtlichen Kohlestromerzeuger in vielen Fällen zusätzliche Gewinne in Milliardenhöhe erzielen und so die Amortisationszeit verkürzen. Also schon mal heftige Aussagen. Es gibt dann hier auch einige Bilder, die das Ganze bebildern sollen. Also hier in Deutschland seht ihr zum Beispiel, irgendwann nach 20 Jahren ist der Break-Even da, dass Wind- und Solar insgesamt günstiger ist. Die ersten 20 Jahre natürlich teurer, weil das Kohlekraftwerk ist halt schon da. Wind- und Solar-Batterien muss ich halt erstmal bauen. Und hier haben wir im Endeffekt bei 197 von den 2500 Kohlekraftwerken ist es teurer. Bei 928 ist es ungefähr gleich oder kleiner Gewinn. Und hier macht man dann jeweils zusätzliche Gewinne in Milliarden 1 bis 2. Teilweise bis zu mehr als 10 Milliarden Euro bei 108 Kohlekraftwerken. Also gar nicht schlecht, weil man reduziert ja auch Umweltgifte etc. Um Delegierte der Koop, der COP28 und politische Akteure bei dieser Lösung praktisch zu unterstützen, präsentieren wir die Ergebnisse länderspezifisch als Leitfaden. Also vielleicht haben das sogar andere Länder auch gekriegt. Wir fordern die Delegierten auf, dass wir weitere Kohlekraftwerke stilllegen, dass man hier Milliarden, Billionen als Finanzierung aufnimmt und dann irgendwann einmal später große Gewinne hat. Es sind dann auch tatsächlich alle Länder aufgeflüstelt. Bei uns können wir von 58 Kohlekraftwerke 58 profitabel ersetzen. Wir würden dadurch 204 Megatonnen sparen. Wir bräuchten einen Batteriepark von 106 Milliarden Euro, was wir allein in Batterien investieren müssten und würden aber in 30 Jahren 616 Milliarden US-Dollar sparen. Schon mal eine Hausnummer, Freunde. Wer würde da nicht umswitchen? Die Studie ermittelt also an jedem Standard die Sonneneinstrahlung, die Windgeschwindigkeit in Umgebung von die Kohlekraftwerke. Daten schätzt die Studie die Kosten für Wind und Solar in der Nähe dieser Standorte. Darüber hinaus schlägt es für jeden Standard den optimalen Mix aus Solarwind-Batteriekapazitäten vor, die installiert werden, um die Kohleverstrohnung über jeden Tag und jede Nahreszeit hinweg so nah wie möglich zu ersetzen. Das ganze Jahr, jeden einzelnen Tag, das Kohle zu ersetzen. Bitte das im Hinterkopf behalten. Sie haben dann auch geschaut, welchen Flächenverbrauch wir den hätten, weil die machen das quasi so, dass dir das Kohlekraftwerk im Umfeld von 100 auf 100 Kilometer, also möglichst in der Nähe musst du die Wind- und Solare Akkus bauen, damit du eben nicht zu viele Leitungen brauchst. Also das haben sie erkannt, dass Leitungen, diese 209 Milliarden, die wir in den nächsten Jahren investieren in unser Hochspannungsnetz, dass wir die eben zu teuer haben und die würden das Ganze verteuern. Also macht man es rundum. Ob dort Platz ist, so wie das, was wir gleich anschauen werden in München, das Kohlekraftwerk, das steht auf einem anderen Blattpapier. Das interessiert hier keinen. Sie haben also dann einfach die 10% der windigsten Gebiete in diesem Umfeld gemessen. Also wie gesagt, ob dort der Haus steht, ob dort der Feld ist, ob dort sonst irgendwas ist, Wald, wurde ja nicht geprüft. Das ist ja reine Theoretische, dass man sagt, okay, im Umkreis von 100 Kilometern haben wir dort und dort und dort, der Plätzchen, da ist sehr windig und das haben wir berechnet. Unser Ziel ist es, die Leistung der erneuerbaren Energienanlagen, das ganze Jahr, wenn wir möglichst genau an die des bestehenden Kohlekraftwerks anzupassen, sodass CO2-Emissionen tatsächlich vermieden werden und nicht auf eine andere Art fossiler Kraftwerke übertragen werden. Also das Ziel war wirklich, dass man sagt, okay, wenn die jetzt nichts liefern, nicht, dass dann irgendwo anders Kohlekraftwerke aufgeschmissen werden, sondern es soll also wirklich eins zu eins sein. Und jetzt kommt es, Freunde, haltet euch fest, ich finde es so geil, um den täglichen Schwankungen gerecht zu werden. Wählen wir 8 Stunden Batterieleistung pro Tag. 4 Stunden am Abend, wenn die Sonne untergeht. 4 Stunden am frühen Morgen, wenn die Leute aufstehen, bevor die Sonne aufgeht. Zusammenfassend basieren diese physikalischen und ökonomischen Modelle auf technologisch und wirtschaftlich sinnvollen Grenzen. Und hier ist das erste Mal, dass sie eigentlich offenbaren, es kann nicht funktionieren, weil es wirtschaftlich sinnvolle Grenzen haben. Sie haben halt nur das gemacht, was wirtschaftlich noch tragbar ist, weil sonst würde die Studie so nicht funktionieren. Aber überlegt euch mal, nur 8 Stunden am Tag Akkus. Wir kommen dann gleich drauf, wie sie auf diese 8 Stunden kommen. Eine umfassende Studie in 145 Ländern, die für 99,6% der weltweiten Emissionen verantwortlich sind, hat kürzlich gezeigt, dass die Weltwirtschaft 62 Billionen, nicht Milliarden, Billionen, das tausendfache US-Dollar benötigt, um auf erneuerbare Energiesysteme umzuschleiden. Einschließlich 8 Stunden Akkus. 8 Stunden. Wobei wir die 8 Stunden nicht einmal in der Studie drin sind. Aber da kommen wir später noch drauf. Sie haben für die Windkraftanlagen 6,8 Megawatt-Anlagen gemacht. Also Freunde, das sind die richtigen fetten Osches, die haben eine Durchmesser des Rotors, ist 175 Meter, die Narbenhöhe ist 150 Höhenmeter. Das heißt, das sind schon wirklich mega Osches. Und wenn du die neben dir stehen hast, die sind auch laut. Mit 175 Meter Durchmesser der Windkraftanlagen. Auch hier hat man dann geschaut, wo ist quasi viel Wind, wo ist wenig Wind. Und da, wo viel Wind ist, hier wird man die im Meer quasi installieren. Also man hat dann zum Beispiel hier ermittelt, in dem Beispiel 10,5 auf 6,5 Kilometer bräuchte man reine Fläche für diese Windkraftanlagen. Wo man die in Deutschland hernimmt, weiß ich nicht. Die haben eine Narbenhöhe von 150 Meter. Also es ist alles eine sehr theoretische und ihr seht es aber mal, das finde ich ganz gut. Wenn du eine Windgeschwindigkeit von 10 Metern pro Sekunde hast, dann würde das Ding ungefähr 27 Gigawattstunden produzieren im Jahr. Hast du aber die Hälfte, dann sind es nicht die Hälfte, sondern dann ist es um ein kurz weniger. Dann hast du vielleicht hier bei 5, das wäre ungefähr hier, hast du vielleicht noch 10. Das ist auch wichtig zu wissen für unsere Berechnung nachher. Einige wenige Kohlekraftwerke speisen auch Wärme ins Wärme. Das werden wir gleich sehen. Das wurde natürlich komplett außen vor lassen. Beziehungsweise kann dann die Wärmeerzeugung durch Wärmepumpen passieren, die 10% mehr Strom benötigen. Mal schauen uns dann gleich, der Kraftwerk, wo das 411 Megawatt an Strom bringt und 900 Megawatt an Heizleistung. Wie man hier mit 10% Wärmepumpen hinkommen sollte, mehr Rätsel. Es gibt also mehrere Modelle, ein physikbasiertes Optimierungsmodell, also das realistische und dann wirtschaftliche Optimierungsmodelle, die einfach besser klingen. Der erste Ansatz ist in Deutschland deutlich zu beobachten, wo sich beide erneuerbaren Energien ergänzen, insbesondere bei nächtlichen Winden ohne Sonnenschein. Freunde, und dieses Verhalten hat man ja unglaublich deutlich gesehen, zum Beispiel hier vom 30. November bis zum 3. Dezember, da hat man nämlich eine Dunkelflaute und es kam weder Tag was noch in der Nacht. Soviel zu diesen Annahmen aus der Studie. Die habe ich jetzt wichtig hören, weil sonst die ganze Berechnung nicht funktionieren kann. Und dann geht es weiter, die gleiche, das könnten also zum Beispiel durch 50% Windenergie 50% Solar ersetzt werden, das heißt, die liefern die gleiche Menge an näherlich erzeugter Kilowattstunde. Wir reden also hier vom Durchschnitt, der mir als Elektriker vollkommen scheißegal ist, weil ich muss jede einzelne Sekunde betrachten, ob Strom da ist oder ob kein Strom da ist. Das ist die absolute Grundlage. Die Regel Nummer 1 in unserem Höchstspannungsnetz ist, der Strom, der jetzt gerade verbraucht wird, der muss jetzt erzeugt werden. Nicht in 5 Minuten, nicht in 10 Minuten, sondern ganz exakt jetzt und schon gleich gar nicht übers Jahr verteilt. Jede einzelne Sekunde hat diese Studie einmal vollkommen außer Acht gelassen. Und hier der Satz ist tatsächlich gut, während Wind und Solar günstige erneuerbare Energie liefern, können Batterien die Lücke schließen. Die Frage ist, wie viele Batterien brauchen wir denn? Und hier geht es gleich mal los, das erste Szenario ist quasi eine Lastfolge, das heißt so, wie man es halt jetzt gewundert hat, wenn wir gerade Strom brauchen, dann muss Strom verfügbar sein. Ein Beispiel ist der Strommarkt in Kalifornien, 4-Stunden-Akkus werden für 4-stündige Entladung verwendet. Nachmittags, normalerweise von 17 bis 21 Uhr, wenn die Sonne untergeht und die Leute nach Hause gehen, um zu kochen und Strom zu verbrauchen, braucht man die ersten 4 Stunden. Ebenso wird Strom morgens vor Sonnenaufgang benötigt, daher geht diese Studie von einer Batteriesicherung von 8 Stunden aus. Aber Freunde, das wäre noch viel zu teuer. In dieser Studie wurde der Umfang der Notstrombatterien auf 50% reduziert, da in Zukunft erheblich flexible Lasten mit Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen hinzukommen werden und der Anteil erneuerbarer Energien in den meisten Ländern weit unter 100% liegt. Das heißt, uns müsste dann z.B. Frankreich, die viel Atomkraft haben, aushelfen, das ist hier schon alles mit einkalkuliert. Es wird erwartet, dass 80% des zukünftigen Energieverbrauchs flexibel sein werden. 80% Freunde, wie soll denn das gehen? Ich fange um 8 Uhr morgens zum Arbeiten und weiß aber gar nicht, ob ich dann Strom habe, sondern ich passe meine Arbeitszeiten an, weil vielleicht wir haben an dem Tag 12 Uhr Mittag oder von 10 Uhr bis 14 Uhr Strom, ja dann mache ich meine Arbeitszeiten dorthin. Das heißt, 80% flexible Energieverbrauch, Freunde. Elektrofahrzeuge, Wärmepumpe, intelligente Kühlschränke, auch die werden abgeschaltet. Laptops werden abgeschaltet, laut dieser Studie. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist im Endeffekt wie Südafrika. Die haben halt auch nur 4-5 Stunden am Tag Strom. Das ist halt so. Und wenn das eben so kommt, dann geht diese Studie von 10% Backup-Batterien aus. Und auf das sind die ganzen Berechnungen im Internet ausgelegt. 10% vorher waren es nur 8 Stunden und jetzt sind es 10%. Und ein drittes Szenario spiegelgel. Ganz null Batterien wieder, weil brauchen wir ja nicht. Und das Szenario, wenn wir null Batterien brauchen, heißt letztendlich, wenn wir wenig erneuerbare Energien haben. Boom. Versuchen wir mit insgesamt geringen Anlagen für erneuerbare Energien, müssen die erneuerbaren Energien möglicherweise überhaupt nicht durch Batterien unterstützt werden. Weil da haben wir ja Gas gehabt, wäre kein anderes dafür. Das Batteriesystem wird zweimal täglich aufgeladen. Tagsüber für die 4 Stunden am Abend. Also es kommt jeden Tag Sonnenschein, Freunde, in Zukunft. Denn dann werden unsere Akkus aufgeladen, damit wir die am Abend haben. Und durch Windenergie in der Nacht und jeden Abend geht ab jetzt Wind. Das ist so beschlossen. What? Freunde, ich verstehe es nicht mehr. Jeden einzelnen Tag. Der Ansatz spiegelt die Marktrealität wider, bei der die Verbreitung erneuerbarer Energien überwiegend gering ist und die günstigste erneuerbare Energie vorherrscht. Es schalten dann ja alle Kohle ab, aber die erneuerbaren sind gering. Weil nur dann funktioniert das überhaupt mit erneuerbaren, wenn wir quasi Backups haben. Das steht hier ganz klipp und klar dran. Eigentlich ist es eine anti-erneuerbare Studie. Wir benötigen dann als Windkapazität 1,5 Terawattstunden und als Solarkapazität 4,8 Terawattstunden. Und da steigen wir doch gleich mal ein. Wir haben also hier Weltreit 1500 Gigawatt in Wind. Ich habe jetzt mal die deutschen Vollastunden hergenommen. Das wären rund 23 Prozent im Schnitt. Das heißt, die könnten 3 Millionen Gigawattstunden liefern und Photovoltaik mit 4800 Gigawatt mit unseren Vollaststunden 11. Jetzt kann es natürlich sein, dass andere Länder das im Schritt mehr da ist als bei uns. Dann wären wir bei Gesamtproduktion von 7647 Terawattstunden. Kohlekraftwerke haben wir also 10.300 Terawattstunden gemacht. Das heißt, jetzt ist natürlich die Frage, haben die hier mit höhere Windvollaststunden und mit höhere Vollaststunden für Photovoltaik, zum Beispiel Solar in der Sahara gerechnet. Ja, dann würde es vielleicht stimmen. Ansonsten haben wir hier schon mal die erste Differenz. Sie haben es also für Deutschland einmal gesagt, dass wir mit 616 Milliarden Euro profitieren, wir würden einen Haufen CO2 sparen und wir müssten nur 106 Milliarden Euro investieren, um alle Kohlekraftwerke wegzunehmen. Nach der Studie. So Leute, jetzt schauen wir uns mal diese Berechnung, auch für Deutschland. Hier wird zum Beispiel gesagt, wir brauchen nochmal 69 GW-PIC Wind und 67 GW-PIC Solar, also ungefähr das, was wir jetzt haben. Bräuchten wir quasi nochmal, um Kohle zu ersetzen. Trifft es zu. Hier gehen wir einfach mal her und sagen, okay, 67 GW-PIC und 69 GW-PIC, da hätten wir Gesamtproduktion übers Jahr gesehen, wieder der Durchschnitt von 202 TWh. Unser Kohle könnte theoretisch 266 TWh bringen, hat letztes Jahr 166 gebracht. Ja, gehe ich mit. Wäre also von dem her aufs Jahr gesehen machbar. Das Problem sind halt immer so Sachen, wie diese Dunkelflaute am 30.07. um 7 Uhr morgens. Da hat nämlich unser ganzes Wind und Solar 2400 Megawattstunden produziert von 65.000 Megawattstunden, die wir gebraucht haben. Das heißt, wenn ich mir das anschau, das waren also 3% runtergebaut bei Wind und das waren 0,004% bei Solar. Klar sieht man morgens, ist noch nicht viel Sonne da. Da haben wir dann noch 2000 Megawattstunden Kohlekraftwerke, hätten wir ja 40.500, sage ich mal, maximal laufen dort 34.000. Also uns fehlen knapp 32.000. Wir reden also davon, dass die gleiche Menge von Wind und Solar nur 5,9, also knapp 6% der Leistung hat von den Kohlekraftwerken. Aber dafür haben wir ja die Akkus. Wir haben also Megawatt 11.300, das heißt, jetzt würden hier nur noch 20.000 Megawatt oder 20 Gigawatt fehlen. Könnten wir jetzt in der Theorie sogar noch aus dem Ausland bekommen, wenn die gerade nicht in dem Moment das gleiche Problem haben, dass dort auch Dunkelflaute ist. Ich habe da mal nach den Kosten geschaut, das heißt, wir hätten ungefähr 15.400 Megawattstunden an Kapazität. Sprich, das könnten wir 1,23 Stunden lang, würden die Akkus mit 11 Gigawatt reichen, obwohl wir 32 Gigawatt die ganze Zeit brauchen. Das heißt, spätestens nach dieser 1,2 Stunden, Freunde, würde ein Großteil des Netzes zusammenbrechen, weil so viel kann uns das Ausland gar nicht liefern, so viele Leitungen haben wir gar nicht. Die Zeit der Dunkelflaute war übrigens knapp 72 Stunden. So, ich habe mir dann mal eines dieser Kraftwerke angeschaut, München Nord Power Station in Unterföhring. Profitabel auf alle Fälle, wir spannen einen Haufen ein und müssten nur 1,3 Milliarden Euro investieren, also nur für ein Kohlekraftwerk, das bereits eigentlich besteht und auch so liefert. Warum eine kleine technische Panne steht, weiß ich nicht. Wir bräuchten also 708 Megawatt Solar, 513 Megawatt Wind und 41 Megawatt Batterie. Zum Vergleich, das Heizkraftwerk hat also 900 Megawatt Fernwärmeleistung, die ist überhaupt noch nicht irgendwo mit drinnen, die habe ich jetzt mal komplett rausgenommen, und 411 Megawatt an elektrischer Leistung. Wir springen in die Berechnung rein, hier kann man es am schönsten zeigen, 411 Megawatt bei 70% Vollausstunden, was also durchaus möglich werden, wären das 2500 oder 2,5 Terawattstunden, vereinfachen wir es mal. Die 900 Megawatt Wärmeleistung sind gar nicht berücksichtigt. Deswegen habe ich einfach die 513 Megawatt mit 23% Vollausstunden, was hier im Bahn realistisch ist und 11% Vollausstunden für die Photovoltaik berechnet, so wie es bei uns üblich ist. Wir kommen an eine Gesamtproduktion von 1716 Gigawattstunden. Das Kohlekraftwerk hätte 2500 Gigawattstunden bringen können, ist also schon mal die erste Differenz da. Bei Dunkelflaute wäre aber nur eine tatsächliche Leistung statt 411 Megawatt von 15,45 Megawatt. Das heißt, es würden rund 400 Megawatt fehlen oder andersherum gesagt, Wind und Solar haben nicht mal 4% der Leistung, die sie eigentlich haben müssten. Jetzt haben wir hier eine Batterie mit 41 Megawatt. 400 bräuchte man fast. 41 Megawatt hätten wir zur Verfügung. Ihr merkt, das klang nicht ganz. Und vor allem haben wir hier nur eine Zeit von 3 Stunden hier tatsächlich berechnet. Bei denen die Kosten, und was ist noch die 4 Stunden? Die Dunkelflaute war 72 Stunden. Kann also nicht funktionieren. Jetzt habe ich mir mal überlegt, wie viel Akku bräuchten wir denn eigentlich dann dafür? Und hier gibt es zwei Faktoren. Der Faktor 1 ist quasi einfach mal, dass wir sagen, es fehlen 396 Megawatt, also mache ich mal den Faktor 10 ungefähr fast, dass ich hier diese Megawatt habe. Dann kosten mir statt 47 Millionen für die Akkus reden wir dann von 456 Millionen. Und wenn man einfach mal schaut, dass ich für die 72 Stunden das machen müsste, dann bräuchte ich einen Faktor von 171. Dann reden wir hier von 8 Milliarden Euro für dieses eine kleine Kohlekraftwerk an Akkukapazität. 28.500 Megawattstunden oder 28,5 Gigawattstunden. Das ist mehr als die Hälfte von dem, was Deutschland derzeit insgesamt hat. Bräuchte man nur für dieses eine Kohlekraftwerk und damit dieses System funktioniert. Ihr merkt es also, Halbwahrheiten, falsche Berechnungen, man ziehen sich die Zähne gelauf, wenn ich da weiß, dass da Diplomphysiker dabei haben, dass dort Elektroingenieure mitgemacht haben. Es wurden Dunkelflauten überhaupt nicht eingerechnet. Also das ganze System funktioniert vielleicht, keine Ahnung, in 80 Prozent der Zeit, sonst nicht. Haben wir denn jede Nacht Wind? Haben wir denn jeden Tag Sonne? Jetzt, wenn ich rausschaue, haben wir fast keine Sonne. Wurde alles nicht berücksichtigt. Ne, am Tag lassen wir die Akkus auf. Fragt mal die Photovoltaikbesitzer, was die dazu sagen. Im Winter. Im Sommer? Geil. Kein Problem. Also wenn man jetzt ein Firma Angebot macht, für überleg irgendwas, und die berechnen es so, das würde ich Betrug nehmen, weil es kann in der Praxis nicht funktionieren. Das wäre eine Heizung, die, sage ich mal, bis ungefähr minus zwei Grad funktioniert, wenn es aber kälter draußen wird, dann, Freunde, funktioniert die Heizung einfach nicht mehr. So könnte man es wahrscheinlich am besten definieren. Oder Sie würden uns einfach den Strom abschalten, nach Lust und Laune. Analog, wie es gerade in Südafrika der Fall ist, da haben Sie auch zu wenig Strom. Dann würde auch dieses System funktionieren und wir würden Geld sparen, weil wir da viel weniger Strom produzieren würden. Dass wir dann keine Wirtschaft mehr hätten und das für uns selber nicht so unbedingt das Optimum ist, glaube ich, das versteht sich von selbst. Bis zum nächsten Video, Euer Stefan von Atta Kimga. Servus!